Nun gehen wir wieder nach dem nächsten Video und dort habe ich über einen Bibelfarsch, wo Jesus selbst redend hat an Matthäus 12 Verschieben. Sagt er, und wenn die verstehen haben, was das meint, ich will nicht Opfer, aber dass die Mitleid haben, dass die Mitleid haben, dann hat die der Schuld nicht verdammt. Halleluja! Wut gewohnt, ich bin sehr, sehr froh, sehr, sehr froh, dass ich keinen Abschluss leiden kann. Das ist nicht alle, alle, ich. Und ganz besonders, wenn ich die Leute sagen habe, wo Gottlos gemacht hat, und ein Wort von Jezus, den meine Familie gefallt hat, und dort dort immer noch ganz satanisch ist, dort 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 ganz weißte. Aber weil wir beten, das Eduard Klussen sagt, sagt er, wenn wir nicht sparten über dich, wenn wir nicht schälen über dich, wenn wir uns nicht freikachen über dich, irgendwie auch das dort. Was hier durchzukommen, das braucht eine sehr, sehr große Angst. Aber Gott hat mir das gewissen. Heute kann ein Mensch sehr leicht so viel Ängsten, das würde anfangen. Da will bloß wieder beten, und Gott wird sich verheirrlichen. Ich sage, mir sei sehr sicher, die Soldaten steifeln und die Soldaten matzen, die wo ein Bild irgendwo in die Bank liegen. Im Fall, dass noch so weit kommt, dass da was taurigen wird in die Bank. Ich sage, danach, ich spart nicht über dich. Bloß das Gesatz, das bete ich in Jesus Christus seinen Namen auf. Die Kinder, die mit meiner Kultur versklopft sind, und gebungen sind. Da las ich Jesus Christus den Blut über, dass die ganz verdäubt werden. Gott hat die auch leid. Und ich bete alle Tage für ihn. Bloß der eine denkt, das ist klar. Wir wollen nicht stauen können über Jesus Christus. Er wird an sich die Gebete erheirren, und er wird sich verheirrlichen. Woher hat er, dass das ihnen sagt, über, weil wir beten, sondern er sich verheirrlichen wird? Am Schmerksten. Der Ehre gebet Jesus Christus. Ich kriege es auch noch. Wenn die reden dann von der Laundackel nie, dort, äh, da hat mich so deutlich nachgegangen, und wenn ich komme, ich denke nicht. In Mexiko wohnt, in Laundackel, wo dann nicht sogar gebollen. Das ist mein Gebootsort. Gebootsort. Du, äh, wenn dort falsch, dort, 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 du sind echt so süß. Ob es vorher, ich seine Hände getrocknet, aber danach. Ich wünsche Ihnen wieder eine gute Szene, und, äh, das wird noch im nächsten Video.